Social Media Marketing für Immobilienmakler. Mit wie viel Aufwand, also Zeit, muss ich denn so rechnen, um sowas mal richtig in Gang zu bringen? Der Top Nummer 1 Fehler in Social Media aus deiner Sicht. Gerade als Immobilienmakler muss ich von Anfang an... Heute mit einem richtig coolen Typen, dem Wendelin. Vielleicht stellst du dich mal kurz vor, wer bist du, was machst du denn überhaupt eigentlich? Ja genau, danke Heinz, dass ich hier sein darf. Wendelin Gerhein, wir haben eine Kurzvideoagentur mit meinen zwei besten Freunden, Pei Van Can. Konzentrieren uns auch stark auf, man sagt, den Immobilienmarkt und Dienstleister, die halt eben das gewisse Etwas auf Social Media in Form von Kurzvideos präsentieren wollen. Dadurch mehr Reichweite und im Endeffekt mehr Umsatz am Ende des Tages erzielen. Jetzt ist ja TikTok so, das mal rauspicken. Es gibt ja eigentlich so drei Bereiche, wenn man so will. Wir haben einmal YouTube Shorts, das haben vielleicht... Das haben viele noch gar nicht auf dem Schirm. Das haben viele noch gar nicht auf dem Schirm, YouTube Shorts. Das sind so Ein-Minuten-Videos oder bis zu einer Minute. Dann haben wir ja das Thema Reels auf Instagram. Das ist ja auch noch ein Thema. Und natürlich das, was für viele noch so ein bisschen böhmische Dörfer sind. Wo viele denken, da sind tanzende Kinder unterwegs. Genau. Da werde ich doch niemals meine Zielgruppe erreichen. Wir reden von TikTok. Das ist TikTok, genau. Erzähl doch mal, was sind deine Erfahrungen? Warum sollte ich denn überhaupt als Immobilienmakler darüber nachdenken, auf TikTok oder überhaupt in Form von Kurzvideos irgendwas zu machen? Ja, also wenn ich Makler bin, habe ich ein Problem. Ich werde verglichen mit allen Maklern, die es da draußen gibt. Und das Ding ist halt, es gibt viele Makler, die einen schlechten Job machen und dadurch das Image der Branche drücken. Und durch Kurzvideos präsentiere ich mich halt und kann zeigen, ich bin ein cooler Typ, ich mache coole Arbeit. Und auch, ich sage mal, in der Akquise irgendwann den Vorteil haben, ah, ich habe schon Content von ihm gesehen. Guck mal, der ist aus der Region. Dem vertraue ich. Also Thema Vertrauen, das ist ein ganz großes Stichwort auf Social Media, durch die Reichweite, die man bekommt, durch die Videos, die man im Endeffekt postet. Okay, also ich baue jetzt mal Trust auf. Genau. Also Trust, das ist eine ganz wichtige Sache. Cool. Ist übrigens ja auch das, was wir unseren Kunden immer propagieren, weil die, woran kann ich überhaupt erkennen, ob jemand gut ist? Also einer ist es ja immer die Person. So Sympathie, Antipathie. Wir wissen, letztendlich kann ich nicht jedem gefallen. Die einen finden mich kacke, die anderen finden mich cool. Und das Zweite ist halt die Arbeitsweise. Das heißt also, wie trittst du auf und wie gehst du vor? Wie sind so deine Prozesse, dein System? Und interessanterweise, ich folge da so einem Berliner Makler auf TikTok und der macht das wirklich sehr smart. Der macht das wirklich sehr cool. Der hat immer so Hosenträger an. Ja. Finde ich total cool, wie der das macht. Und es ist halt tatsächlich eine neue Art, oder anders gesagt so mit Personality, eine Immobilie zu präsentieren. Und das aber trotzdem kurz, knapp und knackig. Genau, weil ich habe ja die Vorteile als Makler, ich habe ja, das Produkt, das ich verkaufe, ist ja was Geiles für die meisten, für die meisten die größte Investition ihres Lebens, ein Haus, ob es ein Eigenheim ist oder was. Und da habe ich die Möglichkeit, das auf Social Media authentisch zu präsentieren, mit meiner Person. Und dann noch die Arbeitsweise, die ich an den Tag bringe, meinen Followern Tag für Tag zu zeigen. Und das ist auch ganz wichtig, das ist immer vielleicht beim Thema, was zeige ich denn überhaupt als Makler irgendwie auf Social Media? Ich zeige nicht in Reels, hier seht ihr mein Exposé, da blätter ich durch und dann sehen tausend Leute mein Exposé. Nee, nee, das wollen die Leute in der Story vielleicht sehen. Eure Community will sich das anschauen. Aber als Makler musst du geilen Content machen, der die Leute abholt, da wo sie sind, der die Privatverkäufer irgendwo da abholt, der die Privatkäufer irgendwo da abholt, wo sie eben sehen, was sind Themen, die die interessieren. Wie zahle ich meine erste Immobilie? Was brauche ich da als, keine Ahnung, Kaufnebenkosten und so weiter. Also die Basic-Themen, die man hat, die geil präsentieren mit seiner Personality, die man hat, mit seinem gewissen Etwas, sich auf Social Media zu präsentieren und den Leuten Mehrwert zu bieten. Mehrwert schafft dann nämlich Vertrauen und so lernen die Leute dich als Person viel, viel besser kennen. Also erstmal coolen Content. So, jetzt stelle ich mir natürlich vor, wenn ich jetzt zu einem Makler oder mich für Makler interessiere, für Immobilien interessiere, was interessiert mich da? Immobilien. Oder? Häuser, Wohnungen, coole Hütten. Richtig. Weil da haben natürlich vielleicht so die Makler in Amerika so ein paar Vorteile oder vielleicht so in den Ballungsgebieten, sagen wir mal vielleicht Berlin oder Düsseldorf oder München, Frankfurt, ich will jetzt keine Stadt vergessen. Ja. Aber es gibt ja schon Städte, da gibt es halt schon auch eine Anräufung cooler Immobilien. Ja. Wie siehst du das? Also das auf eine andere Art und Weise? Weil das ist doch eigentlich das, wo ich Bock drauf habe. Ja, genau. Und das ist doch das Gute an Social Media, wenn ich auch Objekte habe, die jetzt vielleicht nicht top Villen sind mit, keine Ahnung, Infinity Pool und sowas, sondern ganz normale Häuser oder normale Eigenheimen. Ich habe die Möglichkeit, durch Videos die so geil zu präsentieren, dass der Käufer oder der Interessent, der sich das einfach anschaut, der Zuschauer sich denkt, da fühle ich mich super abgeholt. In der Immobilie würde ich gerne leben, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht richtig top gepflegt ist und vielleicht ein bisschen älteres Baujahr hat oder so. Also ich kann meine Objekte viel geiler präsentieren und die Objektvideos im Endeffekt auch nutzen, um Reichweite zu generieren. Weil was sind denn so die Videos, die Reichweite generieren? So ein Video weckt Emotionen und die wecke ich dann beim Privatverkäufer oder dem Privatkäufer mit eben meinen Immobilienvorstellungen. Das sagen wir ganz häufig den Maklern. Die Immobilienvorstellungen sind auch so die Eintrittskarte in diese Reichweitenwelt. Damit erzeuge ich eine große Reichweite. und die Themen, die halt viele Privatverkäufer oder Käufer beschäftigen, nicht zu sehr an die Nische, nicht diesen Fachjargon direkt benutzen und keine Ahnung, wenn du auf eBay Kleinanzeigen drei Anfragen hast, musst du das und das tun. Da interessiert sich nur ein ganz kleiner Teil für, sondern wirklich die Masse abholen und da auch wieder unterscheiden zwischen meinem Unternehmensaccount, den ich als Immobilienmakler habe, und meinem persönlichen Account. Das haben die meisten auch gar nicht auf dem Schirm. Die sagen, ich habe einen Unternehmensaccount, den bespiele ich jetzt komplett. Zwei Accounts ist absolut sinnvoll. Einen, der mehr in der Region ist, ein Unternehmensaccount, der quasi auf die Region abzielt. Keine Ahnung, wo ich sitze, ob ich jetzt in NRW sitze, ob ich in Berlin sitze, in Hamburg. Dort interagiere ich mit der Region und dort will ich auch nicht das größte Wachstum, dort will ich die richtigen Leute haben. Und mit meinem Personal Account, da mache ich einen großen Reach, da will ich eine große Reichweite mit aufbauen, um eben diesen Trust-Faktor zu haben, der auf das Unternehmensaccount und auf das Unternehmenskonto einspielt. Und vor allen Dingen, ich kann auch zeigen, dass ich halt ein cooler Makler bin. Genau. Also, dass ich Personality habe. Richtig. Und ich sage mal, letztendlich ist es das ja auch. Das heißt, ein Verkäufer da draußen oder auch jemand, der was kaufen will, der will ja schon auch lieber bei einem coolen Makler als bei irgendeiner Blitzbirne kaufen. Ich meine, wenn du als Makler von dir überzeugt bist, gibt es keinen Grund, nicht mit Social Media zu starten, weil du profitierst sonst nicht von den ganzen Vorteilen. Du wirst über den Kamm geschert. Alle denken, er macht den gleichen Job. Wenn du nur eine Website hast, die Website kann super gut sein, aber wenn du nur die Website hast, ist es nicht ausreichend, wenn die Leute sich weiter informieren, wenn die tiefer gehen, wenn die auf Content stoßen, wenn sie deinen Namen googeln, sie sehen, der hat TikTok. Allein, wenn sie sich schon sehen, er hat TikTok und dann gehen sie auf den Kanal und sehen da coole Videos, coolen Content, das ist direkt eine ganz andere Bindung. Das ist ganz klar. Was ist denn für dich so, gib mal ein Beispiel für eine Reichweite. Eine Reichweite. Was heißt das, wenn so ein Video jetzt, sagen wir mal so ein Objektvideo, wenn das viral geht? Wie muss ich mir das vorstellen? Wenn ich jetzt keine Ahnung habe, noch nichts gemacht habe in dem Bereich, was passiert da? Was passiert da? Das Video geht viral. Man sagt so, ab 10K spricht man von so einer kleinen Grenze, die man überschritten hat, aber wirklich, wenn man sagt, man geht viral, sind das 100.000, 500.000 Aufrufe, in dem Dreh bis zu einer Million oder mehr, die auf so ein Objektvideo kommen können. Und das heißt, es haben hunderttausende Augenpaare dein Objekt schon mal gesehen, sind mit dir in Berührung gekommen, die werden nicht alle folgen, das sind alles nicht solvente Leute, aber die sind da drunter. Das darf man nicht vernachlässigen, gerade auf TikTok. Wir haben genügend Statistiken, die das Ganze belegen. Da sind Leute unterwegs, die sind kaufkräftig, die können Kaufabschlüsse erzielen, die sind in der Lage, Immobilien zu kaufen oder wollen auch verkaufen. Die haben den ganz klaren Wunsch und die holt man ab mit so Videos eben. Okay, jetzt denkt ja vielleicht der Makler und sagt, ja, jetzt mache ich das, jetzt zahle ich da auf meine Marke ein und so weiter. Ja, kriege ich denn da auch Leads? Also, wie würdest du das erklären? Ja, das würde ich so erklären, man baut ja diesen Trust-Faktor eben auf. Und ich kriege nicht, wenn ich heute das erste Video poste, selbst wenn es 10, 20, 100.000 Aufrufe macht, habe ich nicht morgen die Hütte voller Leads, sondern das ist on the long run. Gerade Content, das Ganze muss man long term sehen, dass man da dann darüber Leads bekommt, wo man vielleicht gar nicht weiß, dass sie auch durch Social Media kommen. Im Ort wird übereingeredet, der lokale Friseur, du gehst dahin, der erkennt dich, ah, ich habe dich doch auf Social Media gesehen und so weiter und so fort. Also, das sind die Dinge, diesen Streueffekt, den das Ganze hat. In der Akquise habe ich so den Vorteil, weil ich komme, ey, guck mal, hier 10.000 Follower auf dem Account, hier habe ich noch mehrere tausend Follower. Das ist, also, da habe ich ein Outstanding, das ist so, so ein USP, den niemand anderes da haben wird. Aber die Gefahr ist auch, alle Makler, die jetzt gerade nicht darauf setzen, es wird immer Vorreiter geben, die darauf setzen werden, die sagen, ich will jetzt Kurzvideos machen, ich will jetzt nach vorne gehen. Und wenn in deiner Region sich jemand jetzt vor dir diese Größe halt eben aufbaut, ja, dann, guess what, es ist schwer für dich, dann da ranzukommen, weil er schon in deiner Region diese Aufmerksamkeit hat. Das heißt, du als Makler, wenn du von dir überzeugt bist und weißt, ich mache geile Arbeit, musst du jetzt aktiv werden auf Social Media. Ja, wenn einer mal so 5, 6, 10, 20.000 Follower aufgebaut hat, den einzuholen, da musst du schon ganz tief mit die Kiste greifen. Man muss ja überlegen, jeden Tag kommen ja mehr und mehr Creator auf die Plattform, die buhlen ja alle um die Aufmerksamkeit deiner Zuschauer. Das heißt, es wird immer schwerer, die Aufmerksamkeit der Leute zu bekommen und wenn du lange wartest, verpasst du eben diese Chance. Ich sage oft so 2015, 16, 17 war so Online-Marketing, du konntest richtig krass tracken, die Datenschutzrichtlinien war nicht so krass, du konntest super geil günstig Reichweite bekommen. Das ist jetzt Kurzvideos. Du kannst mit Kurzvideos jetzt sehr günstig super viele Leute erreichen und auf dich aufmerksam machen. Was muss ich denn dabei beachten? Also wenn ich jetzt, weil es gibt ja den einen oder anderen, der sagt, oh ja, da kaufe ich mir jetzt mal ein Handy, ein Smartphone, da hat er ja schon sein Smartphone und dann mache ich mal ein paar Videos. Also das ist ja noch keine Garantie. Klar kann man machen, keine Frage. Nur was muss ich denn beachten, wenn ich das richtig machen will? Oder was sind doch die größten Fehler? Ja, ja, genau. Gerade in der Makler, in anderen Branchen ist es vielleicht nicht ganz so wichtig, aber gerade als Immobilienmakler muss ich von Anfang an eigentlich eine gute Videoqualität oder das Bild muss einfach ansprechend aussehen, professionell, weil ich will ja Vertrauen weg, ich will, ich will, dass Leute mir Hunderttausende von Euros anvertrauen, die ich im Endeffekt verkaufe. Das ist das Wichtigste. Also ich muss gucken, Qualität muss stimmen. Es muss nicht direkt die teuerste Kamera sein. Man kann sogar mit dem Handy mit gewissen Moves und der richtigen Belichtung schon gute Videoqualität hinbekommen. Das ist so der erste Step. Und dann ein großer Fehler, den aber dann die meisten machen. Sie starten dann und haben nicht die richtige Themenwahl oder das Thema stimmt, aber sie verpacken es schlecht. Weil das Allerwichtigste auf Social Media, wenn jetzt mal jeder sein eigenes Nutzerverhalten reflektiert, ich bin am Scrollen und ich muss den Nutzer dazu bringen, dass er Stopp macht, dass er quasi sich jetzt mein Video anschaut, weil die fragen sich immer wieder diese Frage, was habe ich davon, wenn ich jetzt das Video schaue und warum soll ich dir dann folgen? Vor allem nicht weiterscrollen. Nicht weiterscrollen. Da muss man in den ersten, man hat vielleicht drei Sekunden Zeit, es wird immer weniger, muss man die Aufmerksamkeit binden und sagen, ah, der stoppt jetzt oder ich muss den zum Stoppen bringen mit einer coolen Hook, die kann ein bisschen reißerischer sein. Was ist ein Hook? Ein Hook, genau, für die Einsteiger. Was ist eine Hook? Das ist der Einstieg in dein Video. Hook, auf Deutsch Haken. Damit hole ich die Leute quasi einen Haken und ziehe sie zu mir und binde die Aufmerksamkeit von denen. Also die drei größten Irrtümer von Privatverkäufen. Genau. Zum Beispiel. Oder wie du 500.000 Euro schnell in den Sand setzen kannst. Oder ein Makler kann ja vielleicht manchmal einen besseren Kaufpreis rausholen. Wie kann ich am Anfang direkt kommunizieren, dass ich einen besseren Kaufpreis rausholen kann? Würdest du Nein sagen, wenn ich dir einen Koffer mit 20.000 Euro schenke? Zum Beispiel so. Und das dann im Endeffekt im Hauptteil darauf eingehen, wie man eben durch vielleicht eine richtige Wertermittlung die Immobilie richtig bepreist und nicht zu unterpreisig, sodass der Käufer im Endeffekt einen Vorteil hat und mehr hat, obwohl er den Makler sogar noch, das ist ja auch der Irrglaube von viel, ja, ich muss ja dann noch die Maklerprovision bezahlen und der kostet mich ja mehr, als er mir bringt, so quasi den Irrglauben im Endeffekt killen. Okay, also coole Hook. Und dann? Und dann die Delivery, wie ich das Ganze rüberbringe, also sich aufnehmen. Gerade wenn man ganz neu startet, sich mal aufnehmen und die ersten Videos muss man gar nicht veröffentlichen, aber sich anschauen, wie rede ich, was kann ich vielleicht verbessern an meiner Aussprache, an meiner Mimik, an meiner Gestik und dass das Ganze passt, auch wie ich die Hook quasi performe, Energie. Also man kann auch im Prinzip eins ganz klar sagen, eine Minute ist nicht viel Zeit. Das heißt, du musst, also wer, ich sag mal, heute und in den nächsten Jahren nicht in der Lage ist, also ich sag mal, kurz, knapp und knackig seine Botschaft auf den Punkt zu bringen, der hat eigentlich schon verloren, oder? Ja. Der hat keine Chance. Also weder in Instagram noch in YouTube und schon gar nicht auf TikTok. Du hast einfach keine Chance. Du hast keine Chance, wenn du es nicht schaffst, das, was du machst, schnell on point rüber zu bringen und die Leute die Aufmerksamkeit zu holen, sie zu halten und dann hinten raus zu konvertieren, dass sie Follower werden, gerade auf Instagram, dass sie dann regelmäßig deine Story schauen, weil das dann der zweite Schritt. Was ist denn, ich habe ein cooles Kurzvideo, ich muss die Leute auch bespielen, ich muss meine Community auch am Leben halten und das geht dann eben. Ich glaube auch, eine Sache, die halt ganz extrem ist und das stelle ich auch in Sachen Marketing, überhaupt auch im gesamten Vertriebsprozess und das ist ja ein Teil des Vertriebsprozesses, weil wenn der Kunde kauft, dann hat er ja schon vorher gekauft und er kauft ja in dem Moment in der Werbung, er kauft im Marketing, er kauft durch meine überzeugende Art, die ich rüberbringe, hat er gesagt, bei dem will ich die Immobilie kaufen oder über den will ich meine Immobilie verkaufen. Richtig. Das ist ja letztendlich das Ding. Und was ich mal wieder feststelle, dass viele Makler, müssen wir jetzt mal verallgemeinern, weil es so ist, haben einfach viel zu sehr den Fokus an dem, was sie glauben, was richtig ist. Wie wichtig ist das, was ich denke, was passend ist? Das ist gar nicht wichtig. Das sagen wir auch immer und das machen wir auch immer, wenn wir mit Kunden arbeiten und Videos machen. Das, was die Leute interessiert, zählt. Wenn du Videoideen hast, du gehst da raus und von den zehn Videoideen, sagen wir mal, die du hast, funktionieren zwei oder drei, aber du hast an den anderen sieben so sehr gehongen, musst du die loslassen und mehr von den anderen machen, weil im Endeffekt entscheiden die Zuschauer, was sie interessiert. Also der Content, der die interessiert, ist King und nicht den Content, den du geil findest. Das ist übrigens im Marketing ein ganz gravierendes Grundgesetz. Der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angeln. Ja, oder? Ist das so? Ja, das ist auf den Punkt gemacht. Die Leute denken immer, ja, die Präsentation finde ich, die gefällt mir aber besser. Aber wir Marketingleute oder wir Vertriebsleute, wir wissen aber, wie der Kunde tickt. Du als Agentur weißt, was, weil du recherchierst das ja. Du arbeitest das aus. Ja, das ist ein ganzes Team dahinter, die von morgens bis abends nichts anderes tun, als zu schauen, welche Themen funken. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Ja, bitte. Viele denken, ein Social Media Manager ersetzt jetzt meine Kurzvideoagentur oder ersetzt eine Agentur, die das machen will. Das ist auch ein Irrglauben, weil ein Social Media Manager lernt, wie er die Kanäle so zu pflegen hat, wie die funktionieren. Aber der weiß nicht, was macht ein geiles Kurzvideo aus, was interessiert vielleicht die Zielgruppe jetzt ganz gezielt, was wollen die von mir sehen. Der kann die Kanäle managen, der kann die Sachen hochladen und so ein bisschen was machen, aber der weiß nicht, der ist kein Content Creator. Und das verwechseln ganz viele. Das müsste er ja sein. Also, wenn ich jetzt sage, ich erhole meinen Marketing Manager, der kostet mich, sagen wir mal, zwischen 3.000 und 5.000 Euro im Monat, dann müsste der aber, Marketing Manager, das reicht ja nicht. Der muss Copywriter sein. Also, der muss super, super coole Skripte machen. Der muss natürlich perfekt über alle Kanäle hinweg ein krasser Datenrechercheur sein. Der muss ja erkennen, was da wirklich Sache ist. Und, und, und. Weil das ist auch, da haben wir vorhin noch gar nicht drüber gesprochen, ein Video, wenn das steht, das Head-Up steht, meine Hook steht und so. Aber wie brinde ich dann noch die Aufmerksamkeit der Zuschauer, indem ich das Video gut schneide? Sprechpausen radikal wegeliminieren. Untertitel muss immer dabei sein. Ganz viele Nutzer schauen sich Videos an ohne Ton. Das heißt, Untertitel müssen dabei sein. Einblendungen, die passen. Es muss immer wieder was anderes passieren. Es gibt vielleicht auch dann mal zwei Perspektiven. Das muss rangezoomt werden, rausgezoomt werden. So viele Dinge, die im Schnitt auch zu beachten sind, damit ein Video gut ist, weil jemand, der viel auf Social Media unterwegs ist, erkennt direkt, wenn er sich ein cooles Video anschaut oder wenn er sich ein Video anschaut, sage ich mal. Und diesen Unterschied muss man halt kreieren. Ja, aber komm, jetzt hole ich mir meinen Neffen, der ist 14 Jahre alt, der kann das doch auch. Ja, das habe ich schon oft gehört. Oder, ja, ich jag das durch ein AI-Tool, das schneidet mir das. Ja, dann machen wir aber den gleichen Einheitsbrei, wie das alle anderen machen, die sich denken, ja, ich kann das hier in die App laden oder in die App, ich will jetzt keine Namen nennen, da gibt es super viele Apps, durch die ich das jagen kann, klar, aber dann bist du doch genauso wie der andere und dann haben wir wieder den Effekt. Ja, exakt. Das ist nämlich genau das krasse, geile Thema. Ich habe ja gerade eben gesagt, Arbeitsweise. So, der Punkt ist, stell dir vor, du sitzt bei einem Kunden und du hast eine Immobilienbewertung auf dem Tisch und die sieht aber genauso aus, wie die von den zehn anderen Maklern, die auch bei dem Kunden waren, weil sie aus dieser völlig verblödeten Kack-Software rauskommt, die alle anderen Makler auch haben. und wie will ich jetzt als Kunde denn den Unterschied erkennen und jetzt kommt ja der oberkrasse Hammer, der eine sagt mir 400.000, der andere sagt mir 340.000 und der nächste sagt mir 500.000, aber alles sieht gleich aus. Also wer verarscht mich denn jetzt am meisten? Ja, genau, da fühlst du dich ja als Privatverkäufer auch, keine Ahnung, verarscht. Also ich würde jetzt mal sagen, Mensch, ihr Makler, macht doch mal die Knöpfe auf, oder? Guckt doch mal hin und hört auf, euch da draußen wirklich im Quadrat verarschen zu lassen. Ja. Oder? Im Quadrat. Ja? Nee, das ist wirklich, also das ist wirklich, wo ich sage, also Leute, entschuldigen Sie mal, also ein bisschen, ein bisschen mal das Hirn einschalten, oder? Mal ein bisschen nachdenken. Und diese ganze, nee, diese ganze, boah, da kriege ich wirklich gerade Puls bei, ne? Also dieses, diese Einheitsbrei-Soße, ja? Dieses, Mann, verdammt nochmal, wenn du richtig cooles Zeug machen willst, dann fang an, wirklich mal unique Content zu produzieren, fang an mal, über deinen Schatten zu springen, fang an mal, anders als andere zu sein, und hör auf, irgendwie an jeder Ecke irgendwie 2,50 Euro zu sparen, ja? Und am Ende des Tages zahlst du aber doppelt, ne? Wer billig kauft, kauft zweimal. Erstens das. Oder drei, viermal sogar. Erstens das. Und was bringt es dir, wenn du dann Content machst, du hast die Zeit investiert, du hast versucht, selbst ein Skript zu schreiben, das dann vielleicht so lala ist. Dann hast du noch gesagt, jawohl, ich nehme das Ganze jetzt auf, ich lade es hoch. Im schlimmsten Fall schneidest du es noch selbst, machst das alles, und dann erreicht es aber keine Leute. Das ist ja auch noch der gravierende Punkt, der dann ganz oft schickt, na, ich mache das selbst, oder eine Assistenz macht das, die das dann okay, ne? So, wenn du schon Zeit rein investierst, das ist ja nichts anderes als Ressourcen, die irgendwo Geld kosten, dann mach es doch direkt richtig. Also das heißt ja jetzt für mich im Prinzip, eine Agentur, brauchen wir jetzt gar nicht über Geld sprechen, aber eine Agentur ersetzt im Prinzip eigentlich einen Vollzeitmitarbeiter. Kann man das so sagen? Vielleicht sogar zwei. Also das ist es ja, eine Agentur ist Manager, Social Media Manager, die ist Content Creator, die macht die Recherche über den ganzen Markt, was ist da auf Social Media, was geht da ab? Das ist es, Makler, die zu uns kommen, die kennen vielleicht ein oder zwei Content Creator, die Immobilien-Content machen, aber wir kennen Hunderte. Also wir wissen, was die machen, wir wissen, worauf kommt es da an, was interessiert denn die breite Masse? Und raus, und wir suchen auch raus aus dieser Betriebsblindheit des Maklers. der denkt sich, ja klar, das interessiert die das, und das weiß ich, und fertig gut ist, sack zu und jetzt mache ich den Content. Wie kann ich denn jetzt als Makler erkennen, weil wir müssen es einfach ansprechen, es gibt da draußen unheimlich viele Leute, gerade Online-Marketing, Lead-Generierung für Immobilienmakler, es gibt viele, ich würde es jetzt gerade, ich würde sie gar nicht altersmäßig einkategorisieren, wobei sie meist jung sind, und den Maklern das blaue vom Himmel versprechen. Woran erkenne ich denn jetzt eine gute Agentur? Eine gute Agentur erkenne ich, wenn die mir Kundenergebnisse liefern kann, wo ich sehen kann, ich gehe auf den Kanal und ich sehe, was dort für Videos produziert werden. Ich sehe, was läuft da ab, was sind die Zahlen, vielleicht habe ich mir den Account auch mal eine Woche, zwei angeschaut und sehe, ah, die Follower wachsen, da kommt ständig was hinzu. Das beste Beispiel ist, dein Account hätte einer vor einer Woche drauf geschaut und jetzt, das hat sich quasi verdoppelt, also das sind, das sind so die Anzeichen, machen. Das sind schon ziemlich cool, das muss man schon sagen, wir machen das schon ziemlich geil. Ja, klar, und das ist erst der Anfang, ja, ja, nee, aber da kann man daran erkennen, okay, die Kundenergebnisse, den Content, die die machen, die versprechen nicht nur irgendwas, die haben nicht nur da sich ein paar Videos angeschaut und wollen mir das jetzt verkaufen, sondern da steckt was dahinter. So, und da meine ich nicht mal, die Website muss krass sein oder die müssen den krassesten Content selbst machen, sondern einfach nur die Ergebnisse, die sie für andere produzieren. Das ist ja eigentlich die neue Webseite. Das darf ich nicht vergessen. Social Media ist ja dauerhaft betrachtet, ist ja die neue Webseite. Ja, richtig. Also das mal ganz klar auch zu positionieren, das ist definitiv, das, ja, also die, 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 die lebende Webseite. Richtig. So kann man es eigentlich sagen. Die lebende Webseite, die ständig mit Content gefüllt werden muss und gerade auch, das ist ja, wenn man sagt, man fängt an, diese Kontinuität reinzubringen, das ist ja auch für viele dann schwierig zu sagen, ich mache jetzt eine Sache und ziehe sie dann konstant durch. Das sieht man in jedem Lebensbereich, kann man auf Kurzvideos genauso abwälzen. Das muss durchgezogen werden, konstant neuen Content zu produzieren und da beißen sich ja viele auch die Zähne aus. Auch Mitarbeiter, die in einem Unternehmen angestellt sind, wissen ja nicht, ja, jetzt habe ich keine Ideen mehr oder so. Das gibt es bei uns nicht. Also Ideen gehen da nicht aus. Mir fällt da noch eine Sache ein, was ganz wichtig ist. Also checkt mal bitte da draußen auch, ob denn die angegebenen Kunden auch tatsächlich überhaupt jemals Kunde bei dem war. Ja. Also das haben wir jetzt wirklich tatsächlich mal rausgefunden bei einem Kunden. Es gibt tatsächlich Agenturen und so leid es mir tut, das ist wirklich brutal. Also es sind echt, also ich glaube, das Online-Marketing, Lead-Generierung, auch hier so TikTok und solche, das ist eigentlich die neue Gaunerei. Ja. Ja, das ist die neue Gauner-Welt. Das ist so krass. Ja, also wir haben, gerade letzte Woche war ein Kunde von uns hier und der sagte, da war wirklich eine Agentur, die haben da Leute auf der Seite gehabt, die sind nie Kunde bei denen gewesen. Krass. Ja, das ist auch die. Unglaublich. Sowas würde mir im Schlaf nicht einfallen. Ich verstehe das auch nicht, weil man spielt ja mit dem Brot anderer Leute am Ende des Tages. Wenn ich jetzt eine schnelle Mark machen will und den auf meine Webseite packe, dann nicht deliveren kann, denn ist... Naja, vor allen Dingen, wie dumm muss ich denn sein? Also wenn ich schon nicht von zwölf bis Mittag denken kann, dass wenn ich jemanden auf meine Webseite setze, dass der auch tatsächlich bei mir anrufen würde, also bei dem Menschen, also da musst du doch schon richtig, was nimmt der denn? Da hat man... Der muss ja schon, also der muss ja eigentlich jeden Tag einen Sack voll Drogen nehmen. Oder? Da muss man ja schon komplett besoffen sein. Man ist sich der Konsequenzen gar nicht bewusst. Man denkt, ja, den packe ich auf meine Webseite und wird schon irgendwie funktionieren. Das ist also wirklich... Krass. Letzte Frage. Ja. Mit wie viel Aufwand, also Zeit, muss ich denn so rechnen, um sowas mal richtig in Gang zu bringen? Ist das viel Arbeit, ist das viel Aufwand? Wenn ich es alleine mache oder wenn ich es mit einer Agentur machen will? Sag mal nochmal beide Seiten. Also wenn jetzt eine gute Agentur da ist, ja, und ihr seid ja unser Partner an der Stelle, und zwar Partner, weil ihr liefern könnt, Partner, weil ihr cooles Zeug macht, Partner, weil ihr wirklich gut seid. Ja. Und ich es selber getestet habe. Was man live im Übrigen jetzt hier auch mal sagen kann, ja, sehen kann. Aber was ist so durchschnittlich an Zeit, wenn ich jetzt mit jemandem wie euch arbeite, was muss ich da investieren? Genau. Im Monat oder in der Woche? Wenn man mit jemandem wie uns arbeitet, muss ich damit rechnen, dass ich vielleicht am Anfang, wenn ich noch nicht viel Kameraerfahrung habe und so, dass ich vier bis acht Stunden im Monat mal investieren muss. Kann auch mal zehn sein, wenn ich am Anfang... Im Monat. Im Monat. Wenn ich noch nicht so gut vor der Kamera bin. Wenn ich das Ganze jetzt hingegen alleine mache, weil das Einzige, was ja unser Kunde macht, ist, er nimmt auf. That's it. Er nimmt auf. That's it. Wenn ich das alleine mache, ich muss die Recherche betreiben, ich muss die Skripte schreiben, das Aufnehmen kommt dann, dann muss ich die ganzen Sachen schneiden. Also das wäre ja sowieso irre, wenn ich als Makler dann auch selbst Videos schneide und dann muss ich das Ganze hochladen, die Kanäle verwalten. Es kommen Kommentare, es kommt eine Community. Da könnte man Vollzeit machen, aber da muss man mindestens... Was würdest du sagen? Wie viel Aufwand ist das? Das sind mindestens 10 bis 15 Stunden in der Woche. Minimum. Ja. Wenn ich das richtig machen will. Ja, genau. Wenn ich das richtig machen will. Keine halben Sachen. Also wenn ich das alleine mache, bin ich bei deutlich höheren Aufwendungen. Also ist es im Prinzip... Also ich würde mal sagen schon... Ich würde fast sagen eine Halbzeitstelle, könnte man fast sagen. Aber so 15, 10, 15 bis 20 Stunden sind es locker. Weil du machst ja auch Fehler. Du bist Ping-Pong hin und her und so weiter. Ja, aber das ist vor allem... In der Rechnung habe ich jetzt noch nicht mal den Schnitt so sehr berücksichtigt. Wenn ich das dann auch wirklich schneide, dann komme ich in Zahlen, das kann ich gar nicht machen als Makler. Also das würde man gar nicht machen können. Ja, weil Können, Fähigkeiten und so weiter spielen ja noch... Und vor allem, selbst wenn man das mal dagegen überstellen würde, jemand, der mit uns arbeitet, jemand, der es alleine macht, er zieht es durch 10 bis 15 Stunden in der Woche, macht alles selbst. Der Outcome wäre trotzdem nicht der gleiche, weil wie mache ich denn überhaupt die Skripte? Was performt denn überhaupt? Was geht überhaupt viral? Dieses ganze Know-how, was dahinter steckt. Eine Agentur, die den ganzen Tag nichts anderes macht und ein Makler, der seiner Tätigkeit nachgehen soll. Um Gottes Willen, du bist kein Content-Creator, du bist kein Influencer, du bist Immobilienmarkter, du bist Unternehmer und willst dein Unternehmen voranbringen und nicht den ganzen Tag hier, guck mal, und da mache ich Videos und hier schneide ich und das macht ja gar keinen Sinn. Okay, zum Abschluss, der Top Nummer 1 Fehler in Social Media aus deiner Sicht. Der Top Nummer 1 Fehler, boah, da gibt es viele. Oder der größte Fehler. Der größte Fehler auf Social Media ist zu erwarten, dass es von heute auf morgen funktioniert. Ich habe jetzt ein virales Video, wenn ich anfange und dann direkt eine Follower schaffe, aber wenn es dann mal funktioniert, nicht weiterzumachen. Okay, also wie im Marketing allgemein, es ist niemals ein Sprint, es ist immer ein Dauerlauf und du musst kontinuierlich daran arbeiten. Im Prinzip ist es ja eigentlich so, wie überhaupt in einem Unternehmerspiel. Richtig. Du musst eigentlich permanent was tun. Genau, du musst diszipliniert bei der Sache sein und durchziehen. In diesem Sinne und wer dich kennenlernen will, der braucht ja eigentlich auch nur in der Infobox die Chance, auf ein Erstgespräch wahrzunehmen. Wir leiten das weiter, stellen den Kontakt her. Lieber Wendelin, ich danke dir. Cooles Interview, cooler Podcast heute hier. Ich danke dir. Und ja, viel Erfolg weiterhin. Danke, dass ich da sein durfte. Auch dir viel Erfolg. Wir sehen uns. Bye bye. Bis zum nächsten Mal.